hallo und willkommen zurück zu skype ja und jetzt ist er wieder dabei ich gibts auch wieder ich bin aufs schlitzel voll aber ich wollte halt keine folge ausfallen lassen algorithmus und so ja und weihnacht war ja da muss man nicht so weihnachten hat weihnachten mit mir verbracht und 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 die wachsen ich habe gerade eben auch die folge angefangen haben dass ich jemand fragt was er sagt wenn das nicht erweitert war das habe ich dann nur getan ich glaube ich habe mir gerade überlegt ob ich dich noch ein bisschen lauter stellen wir können ja das den einen mode noch mit rein nehmen wo alles automatisch das wo alles automatisch wieder du tust ein stein zum beispiel ganze zeit bauen und dann ist leer und dann wird es automatisch wieder sagen wir mal dich doch schon lauter gemacht warum und dem live in der woods sehen dass du er bei dem live in der woodsport ist so wenn du was anplanst steht dann da prozentig viel drauf und dann musst du dich echt ernten und dann musst du dir immer neues anfassen ach so das hat mir eigentlich sehr gefallen hat mir sehr imponiert ich weiß was ich gerade dein link weg drin hab so ein paket achso das was ich auch benutzt das glaubt nicht klar nein ich benutze dein ach so ok weil das realistische habe ich bei dir auch benutzt so erstmal kriegst du hier was das gehört dir was denn das war mal das war mal deine ganzen bäume ja zwar arbeit und was kann ich für dich heute tun für mich ich brauchst nicht zu bau dir ein haus bau mir ein haus da kriegst du einen apfel oh dankeschön bau dir ein haus warum was willst du für mich tun ja ich hab verloren ich muss was für dich tun hast du in zweitem fein auch verloren ja ich hab mir noch gar nichts gewünscht stimmt das ist immer ganz vergessen ja das sieht echt schön aus wie du ja wie hey irgendwie kommt durch dein mod hier alles heller vorne irgendwie ich sehe gar keine dunkelheit bei deinem mod und hier alles heller weißt du was ja 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 oder ist die ranke ausgeleuchtet alles ausgeleuchtet ja okay dann sehe ich alles was ausgeleuchtet ist ich sehe sehr stark so hm 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 so nett sein welch brauche ich kurz bisschen die mitte nochmal gleichmäßiger habe mir überlegt ja dass wir so ne mitte haben und dann noch rechts und links ne insel das ja so vier inseln und die und alle inseln verbinden wir dann so ey wo ist die noch inseln hm nein ich ich möchte dann noch zwei inseln dazu bauen also was was können wir machen dann werden alle verbunden so dass das dann so ein kreis ist weißt du wie schon gesagt ich hab dir schon ewig den Arsch hast du weißt du was soll ich dann auch machen machen oh mal der wasser oder Eggman ach거야 wassermeilone abbauen genau das sollte ich auch tun Den Treckenball und die Geschenktruhen Weil gerade Weihnachten ist Sehr schön Alter die Kuh lebt echt gefährlich Ich weiß wohl nicht wie sie hier ausgebrochen ist Aber die läuft ganz seit am rand rum sammeln mal die ganzen schneebälle nein nichts gehört einmal leider leider nicht so leider habe ganz viel schnee jetzt nein wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr was mich bei mir angekostet hat das eis gewachsen stimmt das haben wir jetzt gar nicht mehr das eis von dem winter kraft ja dann soll ich dich an wenn die meiste da können wir ein paar schneemänner auch mal machen da können wir vielleicht eine schneemann insel machen der man in der wonderland jetzt muss ich erst mal schauen dass ich hier klar kommen meine insel größer immer schön am stein fahren bin ich zu sagen würde auch mal mit stein nehmen vielleicht wollen wir gar nicht ganz genau geplant was ich jetzt bauen deswegen komme ich oft zu dir rüber immer so kaputt hey wo das stein überall hinfliegt mann 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 26 stück weihnachten am neujahr und weiter geht's ja ich viel holz auch weiß ich nicht stimmte ich brauche doch holz stimmt wegen holzkohle da muss ich mir jetzt mal eine kleine baumplantage bauen habe ja auch schon so eine kleine gammel baumplantage ja bei dir ist er auf der ganzen insel verteilt ja das tut's doch muss wachsen muss wachsen so heute schließt die Folge da abbauen ist ja noch dann baue ich weiter damit so da soll ja eigentlich das schwere sein der beschränkt sind kuh du lebst echt gefährlich und das macht mir angst wie ich hab schon Kühe sich vermehren lassen ich hab schon ich hab ich 1,2,3,4 Kühe hab ich jetzt ja und ein Babykuh ein großer und ein Babykuh so oh ich hab hier 6 Holzkohle so klein ist meine Insel gar nicht mehr oh mein Gott ich muss noch mich da runter bauen ganze Zeug hier weg machen so so ich hab jetzt noch meine Häufchen fertig fehlt doch klar Theo ach dann wollte ich du glaub' ey die Kuh die macht mir echt Angst echt meine Kuh wo ausgebrochen ist die läuft gar eine Seite am Rand rum echt ja weißt du was nicht angekostet als meine Kuh auf einmal Gweiner die muss in der Mitte da vorne rennen Richtung Deine Insel die lebt ja nicht mehr ne die ist runtergefallen aber selber schuld selber schuld mhm da hatten wir nicht irgend'n Thema ja ich dachte wir waren so eine ruhige Bauchfolge weißt du ne ich komm etwas unter Stress für wen mal was geht genau nie dass wir zu Themen wirklich lang behalten zack 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 und sledge uah zack zack alles easy weißt du was weißt du was wann hast du eigentlich das erste mal von Minecraft gesucht ha das hast du irgendwann mal hier gespielt hast du damals Minecraft richtig richtig bescheuert und so ja das war übrigens auch nicht mit dem Scheiß genau so wie in meinem Trailer auch erwähnt genau es werden lieber richtig gespielt mit Final Fantasy ja wie kann man sich ganz studieren Final Fantasy also Final Fantasy ist immer noch einer besten also ok die neuen sind jetzt ganz in Ordnung weil du hast schon so diese Open World aber das ist immer in diesen weißt du hast immer in diese Zeitsequenzen reingekommen weißt ja das war halt ein RPG Style weißt weißt also die von neuen Final Fantasy sind auch cool wenn die so auf und Open World rumrengen ja also so wie Xenonplay ja auch ganz cool gemacht aber so weißt so wie wie das alte Final Fantasy wenn die Trott langweilen ja aber man konnte es halt auch einfach einstellen man könnte auch äh da normalerweise ist es ja so gemacht dass du dann überlegst du meinst was du machst und so bla 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 aber du kannst auch so dass du währenddem du überlegst greifen die mobs dich trotzdem weiterhin an ah ok weil ich wusste es nicht ich habe Final Fantasy nie gespielt du hab mich halt nie interessiert so vor allem weil bei Final Fantasy ist so ein Spiel da bist du halt wirklich beschäftigt also was habt ihr bei euren Spielen ja 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 also ok kann ich mit Batman bestimmt auch sehr lange beschäftigt aber das monotone äh wie soll ich sagen monotone abfarmen von den mods und trainieren das stimmt ja ja näher mich halt von Melonen Leute so jetzt machen wir was gefährliches ganz ganz gefährliches dazu brauchen wir das hier und das habe ich nicht ok mach ich erst kurz Stein nochmal eins ach bei mir ist vorne keine mobs wie ich brauche keine mobs ach so ach bei mir keine mobs so dann schmeißen wir alles in die gute Kiste so oh ok ich glaube das mache ich nächste Folge weil diese Folge ist jetzt schon echt geht nicht so schnell so um brauche ich die überhaupt da noch eigentlich nicht hm dann doch habe ich noch einen Eimer hier oder hast du wieder deinen letzten Eimer äh ich habe einen Lava Eimer hier ein Lava Eimer genau hm da runter springen würde ich ungern oder ich lege alles ab bevor du vor du es probierst habe ich ja ich habe nur Spitzhacken noch dabei ah ach da hast du dich hoch gebaut wie praktisch ja irgendwie wo ist der wieder alter hier ist dunkel hier unten ist voll dunkel ja weis ich kannst du dein Lava dann nachher kurz irgendwo hinsetzen ja warte ich komm schon zu dir rüber dein Lava irgendwo hinsetzen und dann wenn ich hier fertig bin ne brauchst du noch nicht kommen lässt du dann Wasser einfach runter dass ich wieder hoch schwimmen kann ach so du meinst dass mein Lava irgendwo hinsetzt das meinst du das wär böse jetzt das ist Sachen von mir alles klar genau wie ich das machen soll ja ok bleib meine Insel super cool hmhm 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 ok Okay, die Aktion hier, wo ich gerade mache, geht nächste Folge weiter. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.